Caracas Football Club, meistens abgekürzt mit Caracas FC oder einfach Caracas, ist ein venezolanischer Fußballverein aus der Hauptstadt Caracas. Der Verein ist mit elf Meistertiteln Rekordmeister Venezuelas. Aktuell spielt Caracas in der Primär-A-Division, der höchsten Liga in Venezuela. Den Spitznamen Los Royos del Avila verdanken sie ihren roten Trikots und dem Cerro de Avila, dem höchsten Berg in Caracas. Geschichte Bis in die 1980er Jahre spielte die Mannschaft damals unter dem Namen Yamaha bei diversen Amateurmeisterschaften mit. Nachdem der Verein sich 1984 in Caracas-Yamaha umbenannt hatte, erreichte er die Aufnahme in die zweite Liga Venezuelas. Überraschenderweise stieg die Mannschaft 1985 sofort in die erste Liga auf, in der sie seither spielt. Der Klub wurde nun in Caracas Football Club umbenannt. 1986 teilte Yamaha seine Anteile am Klub mit Radio Caracas Television. 1988 gewann der FC Caracas den venezolanischen Vereinspokal. Radio Caracas Television trennte sich 1989 von seinen Anteilen am FC Caracas. Der Klub geriet daraufhin in eine Finanzkrise. Dr. Guillermo Valentina, ein deutschstämmiger Pharmazieunternehmer und Präsident der Organisation Deportiva Cocodrilos, kaufte in der Folge am 4. Oktober 1989 den FC Caracas. Cocodrilos de Caracas ist einer der erfolgreichsten Basketballclubs des Landes. Seither entwickelte sich auch die Fußballmannschaft des FC Caracas zu einer der erfolgreichsten des Landes. Nach Deutschlands Erfolg bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 entwickelte der neue Klubvorsitzende 1991 den Plan, seinen Verein mit deutschen Spielern zum Erfolg zu führen und verpflichtete ehemals unter anderem in der DDR-Oberliga aktive Spieler sowie den Bundesliga-Stürmer Günther Thiele. Bereits in der Saison 1991-92 wurde der FC Caracas dann unter anderem dank der Tore Andreas Voglers venezolanischer Meister. Thiele und die weiteren Deutschen Olaf Seyer und André Hennig konnten sich jedoch nicht durchsetzen. Der Verein spielte bis 2005 im Brigido Iriate-Stadion. Seitdem verfügt er über ein eigenes Stadion, den Cocodrilos-Sportspark. Das Stadion. Der FC Caracas trägt seine Heimspiele im Cocodrilos-Sportspark aus der 15.000 Zuschauern Platz bietet. Gespielt wird auf Kunstrasen. Das Stadion wurde am 20. Juli 2005 eingeweiht. Erfolge. Primär A-Division Meister. 1902-1994-1995-1997-2001-2003-2004-2006-2007-2009-2010. Venezuelas Pokalsieger. 1988-1993-1994. Repubblica Bolivariana de Venezuela Pokalsieger. 2000. Aufgrund der Erfolge auf nationaler Ebene nahm der FC Caracas mehrfach an der Copa Libertadores sowie an Copa Conmebol und Copa Merconorte teil. Als bestes Ergebnis in der Copa Libertadores ist das Erreichen des Achtelfinals 2007 notiert, in dem die Mannschaft dem FC Santos knapp unterlag. Trainer ab 1994. Venezuela Petro Febels. Argentinien Carlos Horatio Moreno. Venezuela Manuel Plasensche. Venezuela Noel Sanvicente. Bekannte Spieler ab 1992. Venezuela Juan Arongo. Venezuela César Baena. Venezuela Zeferino Bencomo. Venezuela Hector Pablo Bidoglio. Venezuela Gerson Dias. Deutschland André Hennig. Vormals Torwart bei Stahl Brandenburg. Venezuela Saul Maldonado. Venezuela Luis Mendoza. Venezuela Gabriel Miranda. Venezuela Paul Ramirez. Venezuela Jose Manuel Rai. Venezuela Hector Rivas. Venezuela Stalin Rivas. Venezuela Jorge Rochens. Venezuela Andres Ruga. Venezuela Ibrahim Salizu. Venezuela Noel Sanvicente. Deutschland Olaf Seyer. Venezuela Gabriel Urdaneta. Venezuela Rafael MIA Vitali. Venezuela Ronald Vargas. Deutschland Andreas Vogler. Venezuela Luis Manuel Sainz. Fanclubs. Einige den bekannten Fanclubs von Caracas FC sind. Barra del Caracas, Los Demonios Royos, Legion Roya, Zona Hinchar. Andere Abteilungen im Verein. Außer der Erstligamannschaft hat Caracas FC eine Zweitligamannschaft und Juniorenmannschaften. Caracas FC hat eine Frauenfußballabteilung, die in der venezolanischen Liga spielt. Die Mannschaft gewann in ihrer Geschichte viermal die Meisterschaft der Liga National Femenina. Außerdem hat Caracas eine Basketballabteilung unter dem Namen Cocodrilos de Caracas. Untertitelung des Zweitligamannschaft.